Was ist die Akademische Reitkunst? Am besten eine Lehrer-Schüler-Relation, aber jede Relation ist etwas sehr Privates. Deswegen ist es eine besondere Freude, dass dieses Buch wird nicht von mir alleine geschrieben, sondern in Zusammenarbeit mit der Ritterschaft, wo wir ein Brainpool haben, wo viele gute Eingangswinkeln zu der Thematik ist. Natürlich werde ich auch mich selber mit einbeziehen, hier zusammen mit meinem Jüngsten, meinem fünfjährigen Dorado, aber jede Beziehung ist unik. Und deswegen ist es so sinnvoll, dass verschiedene Leute ihren Eingangswinkel dazu erzählen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.